Glückwunsch zum Aufstieg, schön, dass ihr es wieder in die zweite Liga geschafft habt. Jetzt noch drei Transfervorschläge für euren FIFA 22 Karrieremodus. Der erste, Felix Götze, ist schon ausgeliehen an euch, aber ihr könnt ihn natürlich fest verpflichten. Müsst vorher noch ein, zwei Verkäufe machen, aber dann solltet ihr euch den Marktwert auch leisten können. Und bei den externen macht der Anfang Thomas Keller, einen Innenverteidiger aus Deutschland, spielt beim FC Ingolstadt. Das Gute bei Keller, nur noch ein Jahr Vertrag, das heißt, ihr kriegt ihn höchstwahrscheinlich unter Marktwert, vielleicht sogar deutlich unter Marktwert. Vom Rating passt er gut ins Team, dazu auch noch erst 21 Jahre alt, mit einer guten Stärke, gute Sprungkraft. Macht einfach Sinn, glaube ich, als Innenverteidiger. Und wir bleiben direkt im Zentrum, Erik Talik, ein ZM von 1860 München. Auch 21, auch Deutscher, ist ein Spieler mit 83 Ausdauer, der da richtig viel hoch und runter gehen kann. Dazu noch eine gute Beweglichkeit und Balance und auch bei ihm ist es so, dass es kein Rieseninvestment ist. Klar, 1,3 Millionen sind viel für den Drittligisten, aber mit dem ein oder anderen Verkauf sollte das eigentlich machbar sein. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen... ...